Und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64 Und in der letzten Folge haben wir den Bossgegner nach dem zweiten Versuch doch noch besiegt Wir sind mit ein paar Bananen nach Hause gegangen Und ich möchte jetzt gerne zum Typen und den Schlüssel, den ersten Schlüssel abgeben, den wir vom Boss bekommen haben Mal schauen Gehen wir mal Ne, wir haben ja hier Stimmt ja, wir haben ja die Dinger hier Da können wir direkt hinreisen Und stecken den ersten Schlüssel ins Schloss Aber wir gehen vorhin immer raus und schauen uns die Welt an Ich würde gerne da reingehen Hi my friend Ah, öffnet sich automatisch. Okay, wir müssen nicht hingehen Hey Er freut sich Passiert wieder was in der Außenwelt? Ah, ist passiert Unser nächstes Level Er freut sich, unser Glüsten Welches wir doch öffnen Nice Geil, geil, geil Schauen wir mal Vielleicht kommt wieder so eine kleine Szene Was ich mal hoffe und vermute Aber muss ja auch nicht sein Auf eins Da oben war glaube ich Eine Nummer Womit bestimmt importen kann Das ist zwei Wert Ganz vermutend Ja Oh, wie kommen wir denn jetzt hoch? Wie kommen wir da jetzt hoch? Ah, hier Da haben wir nochmal die Insel Aber wir müssen halt hier Übers Bäumchen klettern Wie kommen wir denn? Kommt bestimmt irgendwie Also Wie die Dinger freischalten könnten Oh Glück gehabt Und Können wir uns drehen Aber wir können Noch da hin Daher begrüßt uns schon wieder Eine Biene mit einem Sumpsen Da ist nochmal zwei Ja Haben wir noch hier was hinter? Nee Okay Das ist ja meistens So verstecke Gibt es ja eigentlich Aber ich könnte eigentlich Mal weitergehen Da haben wir so einen Stein Okay Da haben wir noch eines Stein Aber sonst Oh, da ist noch so ein X Ein riesengroßes X gewesen Schauen wir mal Was ist damit passiert Aber ich aktiviere mal die Zwei Und gehe da mal kurz rein und raus Zeig mal gucken ob es funktioniert Ja Funktioniert Und dann gehen wir wieder zurück Und gehen in die Pyramidenwelt Scheint so eine Pyramidenwelt zu sein Och, schade Ich will Hauer machen Was sind wir denn hier? Okay Auch nix Probieren wir alles gerne aus Darum ist auf jeden Fall Ein Typ Der mit uns Quatschen möchte Wie viele Bananenbilder denn haben Fünf Dass wir durch können Wir können auf jeden Fall durch Wir haben fünf Dann Dankeschön Dann geben wir jetzt das zweite Level Oh, schade Din 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 Oh, schade Oh Schuss, 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 schuss. No! Okay, Amidillo und irgendwie Aztec oder so. Also ein Pyramidenlevel, wie ich vermutet habe. Und da haben wir direkt auch unsere erste Nummer. Ananas, auch ein feines Ding. Mag ich sehr gerne Ananas. Ananas ist eine leckere Frucht. Wenn sie gut gemacht ist. Kokosnüsse. Halab. Das machen wir doch gleich. Hier haben wir doch direkt im Anfall ein kleines Ding zum Rätseln. Ah, da oben sehe ich jemanden in weiß. Ah, okay. Können wir da lang? Ne, können wir nicht lang. Schade. Wir haben uns auf jeden Fall mit diesem Fass was zu tun, was wir da noch sehen. Ah. Oh, nice. Ein Lama? Listen to me. Okay, er will auf jeden Fall. Oh, wen haben wir denn da? Oh. Hey. Das ist ein bisschen komisch. Wie kommen wir denn da nicht dran? Komisch. Hier genauso. Ich weiß nicht, woran das Licht. Können gleich wieder sterben, oder? Ne, diesmal nicht. Diesmal habe ich gekappelt. Musikshop? Okay. Candy. Gute alte Candy. Donkey Kong. Donkey Kong. Ah, wir können mir Musikinstrument. Bongo Blast. Oh. Gefällt mir auf jeden Fall. Person Hold Set. Dann Person nach oben. Okay, dafür brauchen wir auch solche Plattformen. Oder man kann es als ultimative Attacke sehen. Finde ich auf jeden Fall eine geile Idee. Muss ich sagen. So. Oh, und wir haben zwei Leben. Jetzt. Also zwei Dinger. Ah. Wir haben hier null Bananen. Okay. Aber ich würde halt mit Didi da natürlich auch noch reingehen. Aber wir können, bevor wir da reingehen, mal schauen. 120 Stück. Okay. Ah, jetzt wird es langsam anstrengend. Ich stimme, dass man halt mit zwei machen muss. Ähm. Und dass sie dann halt pro Ding steigert. Also pro Level steigert. Also pro Level steigert, dass man, weiß ich, 200 oder sowas machen kann. Was bekommen wir denn als Didi? Natürlich möchte. Oh. Nice. Miau. Die Lache. Ja. Okay, das kennen wir auch. Aber das wird uns auch mal noch ein bisschen Ärger bereiten mit diesen komischen Zeug hier. Äh. Okay, mit Didi war es jetzt einfach, muss ich sagen. Aber was das hier ist, keine Ahnung. Ich würde erstmal mit, äh, ein bisschen nach Kunden gehen. Wir haben nämlich schon die ersten Bananen und ersten Münzen. Schau mal. Oh. Oh. Oh, ich wollte doch nicht. Ah. Oh, ich muss euch sagen, Vicky, die Kamera macht mich leicht. Waren. Okay, sind irgendwelche Dinger. Da ist eine Dinger. Da ist eine Feder. Ah. Ist hier noch was? Nee. Ich muss halt so gucken. Ananas. Und hier. Erdnussflips. Waren wir doch direkt. Oh, da bekommen wir so ein Ding. Äh. Aber ich sehe noch was anderes. Können wir das noch. Geben wir mal fix rein. Ich weiß nicht, was uns drin erwartet. Ah. Schau mal, wer da ist. Tiny ist da. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt hier gesehen, wo wir jetzt halt im nächsten Level sind. Um was uns vor uns zu warten. Dafür würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss. Wie kommt denn mit dem?